Also, ich sehe Bäume. Ich bin an einem, ich bin an einem Teich. Ich bin gerade an so einem Baum. Siehst du einen See? Ich nicht. Wie Exit, Alter, Leute. Ich habe doch nicht mal eine Karte. Oh, fuck. Ich habe einen abgeknallt. Ich habe einen abgeknallt. War das richtig? Aber er hat auch auf mich geschossen. Der liegt da jetzt einfach nur rum. Oh, fuck. Ich bin tot. Wo sind wir hier? Dead or not. Kennst du die Webseite? Nee. Willst du die? Nee. Das ist mein Internetfilm, glaube ich, gerade nicht so gut. So, du musst abstürmen, abstürmen. Ich muss abstürmen, was soll ich machen? Ja, für ihr Leben. Oh, ich kann nicht. Aber die hat eh nicht so gute Karten. Show her feet. I want to see her feet. A fucking boring kid, how I'm ready. Alter. Oh, da geht das Licht an und aus gerade bei mir. Nee. Was ist das? Was ist das, Alter? Das ist ja mega gruselig. Das ist recht. Was ist denn das? Das ist einfach nur Licht. Eine Taschenlampe oder so. Ach, Taschenlampe. T wäre Taschenlampe. Hab keinen. Ja, lol. Nee, warte mal. Hier. Da liegt doch einer. Der... What the fuck? Hier sitzt einer genau neben mir, aber der hat mich nicht abgeknallt. Sieht der mich nicht, oder...? Hä? Bin ich sein Freund? Ich sitz neben jemandem. Soll ich den wegpusten? Der ist doch tot. Echt? Ja. Hast du abgeknallt? Ja. Ich weiß nicht, ob ich... Ich hab keinen Plan. Search Buddy. Nice, Digga. Danke. Oh, pass auf, pass auf! Renn halt noch da rein! Vollidiot. Wie kann man noch was casten? Das ist ja okay. Ja! Tür Wixer! Merkst du selber, was hier los ist, ne? Oh, fuck! Oh, scheiße! Das ist ne Rotze, Alter. Vorsicht! Hörst du am an! Was ist das für ne Todeszone? Was ist das für ne Todeszone? Was ist das für ne Todeszone? Was ist das für untenrum? Komm mal! Du Arschloch! Ja, hast du ja auch! Untenrum, untenrum! Ja, warte doch mal! Ich komm doch gar nicht da! Ja! Ja! Der stirbt schon wieder! Alter, du Arschloch, ey! Oh! Ey, sag mal, was hat mein Typ denn für ne Leidung? Wenigstens läuft der Anruf mit Adam noch. Vielleicht weil du über VR verbunden wirst. Das kann sein, ja. Memorize with secrets! Oh, fuck! Ich hab ein Greenscreen! Ey, guck mal, was da steht! Was will denn der jetzt von mir? Oh nein, jetzt muss ich auch aufpassen, dass ich nicht gehackt werde. Aber das war die noch nicht! Okay, das checke ich aber. Im Boden, im Boden! Oh, ich glaub, ich hab' die getroffen! Okay, was ist das? Drei, neun. Drei, neun. Das haben wir grad zu checken müssen. Boah, geil! Okay, dann muss man das nicht, dann brauchen wir das nicht mehr. Sorry. Ey, ich komm doch mal drauf klar, dass du mit 100.000 Rubel ins Rennen gehst. Aber ist ja alles gut gegangen, ey. Erste Runde, zwei Leute getötet und heil rausgekommen. Vor allem ja auch erste Runde, was ist nämlich mit? Oh, ne AK-A-Personne und, boah, ne Haufen Kohle! Alter! Alter! So! Fuck! Die Waffe ist kacke! Übel da ist. Wo kriegt man denn Waffe? Nein, nicht auf mich! Junge, das war schwierig. Jeder hat eine! Nein, nein, nein! Wo bin ich? Bin ich noch da? Nein, nicht in die andere Richtung! Ich bin doch tot! Nicht in die andere Richtung! Nicht! Passt hier! Oh, okay, es funktioniert! Es bewegt sich ja. Oh, ich hebe mich dann ab! Oh! Warte, oh! Ich fliege! Ich fliege! Ich fliege! Na ja! Das ist LED! Verbindung, oder? Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Runde Stimmungswürfeln! Gucken wir mal, wo wir so Stimmungswürfeln sind. Das macht sowieso mehr Spaß, als irgendwelche Leute zu hacken. Mir heißt Delta-Hill-Track. Okay, was... Was ist denn das für ein Schwachsinn hier? Ich glaube, jetzt sind wir in der Ecke. Oh, pass auf! Oh, Alter! Was war das? Granate oder Blendgranate? Lauf, ich glaube hier kommt gleich einer. Bist du... Hab ich geschossen? Bist du tot? Bist du komplett tot? Natürlich! Alter! Ich warte ein bisschen, schieße! Oh, fuck! Das gibt's nicht! Lol, ich bin direkt in den Strahl reingerannt. Ey, nein! Vorsicht, Timo! Kannst du mal gleich, oder? Da hab ich nur gar nicht hingeguckt. Ich wusste, du hast das geschützt, aber ich hab's jetzt nicht realisiert. Evakuierung bestätigt. Shuttle im Anschluss. Ankunftsfest. T-minus. Eine Minute. 30 Sekunden. Das ist die Hölle mit euch. Gib mir die scheiß Schrutze! Was gibt's doch nicht! Nein! Nein! Ah! Hä? Hä? Wo bin ich? Wo bin ich? Bin ich toll, oder nicht? Kann ich dir nicht sagen? Wo bist du denn? Leute! Ich geh ja laufen. Wanna cooperate? Warum machst du das? Mann! Das ist normal! Boah, man muss das nicht nachgeladen. Warum redest du? Ähm. Wie, warum red ich? Ich hab irgendeine Taste gedrückt. Wenn der Knopf jetzt weg ist, fällt das halt runter. Und es wär halt cool. Fällt runter ist gut. Ja, wenn das jetzt nicht getriggert wird. Oh, Stromausfall. Stromausfall. Alter, fuck. Ich seh nix. Ne, ist schon klar. Woll ich irgendwo ne Taschenlampe an? Woll ich irgendwo ne Taschenlampe an? Ja. Du sagst ein Bienenstock in der Nähe. Was ist ein Bienenstock? Wird mir geliefert? Wollt ihr hin? Ojo, Klatsch. Der muss doch nicht hingeflogen. Was ist das hier? Ja. Clint. Und draußen? Ganz draußen. Also unten, oder was? Ne, ne? Ne, über dir. Ne, bei mir draußen war auch gelb. Oh, Alter! Alte Tüde. Was haben die denn für ein Problem, Mann? Ich hab nur nur ein Modem gekauft. Tch. Was ist denn jetzt passiert? Das ist klar. Ja, warum? Und wie sind die überhaupt in meine Bude gekommen? Also in meine Etage? Brauchen wir den Hammer eigentlich für irgendwas? Ne, ne? Das wird verknappt. Pass auf, da kommt Schlange raus. Na, alles was grün ist, kommt immer Schlange raus. Ja, Timo. Pass auf, Timo. Das hast du nicht gut durchdacht, ne? Oh, fuck. Hä? Lebst noch, Blumen? Du? Wie ich. Stehst in der Necke. Wo ist das frech? Ist das frech? Das war so klar, ne? Das ist so lächerlich, Marvin, von dir. Das wusste ich nicht. Ja, ja, ja. Oh, Leute. Timo, schnell! Schnell! Hahaha! Jo, zwei davon. Ich bin down. Anfordern, anfordern. Ja, 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 ja. Marvin! Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn los? Du hast mich einfach aus der Karte rausgemacht. Weil ich gelegen hab. Hast du mir aufgegeben. Schlechte Leute, muss man zurücklassen einfach. Ich kann nicht jeden retten. Ja, guck mal. Ja, guck mal. 0.002 DOS. Ja. Soll ich einen kaufen, oder was? Zwei Tage, du alt. Warum willst du denn Kondom? Ich benutze das Kondom. Ja, eben. Weil's billig ist, man. 0.002 DOS. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Auf die Seite. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.